Ich freue mich vor allem bei dem Portal, dass es die Chance gibt für junge Bewerber, die sich vielleicht zum ersten Mal auf einen Job bewerben, dass sie die Chance haben, bei einer Absage nicht gleich demotiviert zu sein, sondern in anderen Unternehmen die Chance haben, sich wieder zu bewerben. Und besonders freue ich mich, dass wir das 1. Leipziger Unternehmen sind, das da in dieser Community vertreten ist, um die schnelle Expansion aus dem Dresdner Raum hinweg möglich zu machen und das direkt über alle Grenzen, die es innerhalb von Sachsen gibt, zu tragen.